hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown und die kamera hat mich nicht mit mir werden gleich ja es ist mal wieder swole club time und hier gab es dieses diesen research fehler den haben sie jetzt auch gefixt dafür gibt es zweimal 24 stunden erforschung die holen wir uns jetzt gerade mal ab aber ja was den swole club anbelangt wie immer taktik ist das wichtigste bei diesem ding hier und du kannst einfach wild drauf los kämpfen aber dann wirst du nicht so weit kommen wie wenn du taktik daran ist so ich habe jetzt den die ersten kämpfe bei meinem zweiten account mal ausgelassen diejenigen die ersten kämpfe gemacht haben ja ist auch okay aber man kann sich einen gewissen vorteil verschaffen wenn man seine kämpfe aufsplittet dazu gab es hier ganz am anfang dieses wohl klappt coins das sind diese 500 dort ich erkläre euch jetzt wie man da am besten am anfang rangeht um das bestmögliche ergebnis auszuholen also wir haben hier zum beispiel erst mal in den bobby und der hat punch also ich könnte jetzt den fertigstellen und dann direkt zum nächsten übergehen das wäre dann bei mir der jean so nämlich mit grace aber das mache ich nicht weil ich zeige euch jetzt mal was hier gibt es nämlich als nächstes im rang 2 diese 100 diesen 100 prozent coin bonus so bedeutet also du gehst nicht hin und machst erst mal bobby und dann jean und dann die anderen sachen sondern du machst bevor du überhaupt mit einem kampf anfängst du kennst noch gar nicht ja du fängst als allererstes mit den 500 coins aus dieser nachricht fängst du an den bobby zu erforschen im punch 25 prozent und danach direkt erforscht du das da so okay wer es gemacht hast dann kannst du mit einem also und hast dann alle deine coins aufgebraucht also deine 500 und jetzt ist das spiel abgestürzt juhu das warum bin ich das nicht mehr anders da gewohnt dann erst dann wenn du deine coins aufgebraucht hast fängst du mit deinen kämpfen also das heißt du machst erst mal den bobby für punch dann holst du dir die 100 prozent coin bonus dann machst du jean für grace dann holst du den 100 prozent bonus so und so machst du das bis deine coins aufgebraucht sind dann machst du den ersten kampf kriegst du wieder coins mit hinzu und mit dem erst mit diesen coins machst du das spielchen wieder das ganze ist natürlich extrem zeitintensiv aber du kannst relativ schnell in kürzester also was heißt relativ schnell in kürzester ding und ganz relativ schnell dein coin bonus nach oben pushen um dann richtig schnell vorne gas geben zu können ja so das ist aktuell die beste taktik wenn du dann fertig bist alle deine charaktere auf level 2 gepusht zu haben ja dann konzentrierst du dich auf punch auf grace und auf irgendeinen sagen wir mal charakter der halt hier angriff und leben sonst jetzt was weiß ich noch mal hier die china zum beispiel die hat die hat die hat kürtel wer war denn dritte sind drauf familiegei beispielsweise ihr 25 prozent bonus ja familiegei 25 prozent bonus linder habe ich mit dem hier noch gar nicht so was hat mehr hat hier 25 prozent angriff bei einer da ist bobs burgers 25 prozent bonus was hatten wir hat hier 25 prozent herz bonus also die die angriffsbonie kommen normalerweise immer erst später genau 25 prozent bei future rama das mal gucken hier beim bei ihm ob das ja genau familiegei kommt hier erst später 25 prozent angriffs bonus also ihr müsst dann einfach mal schauen was passt am besten hier natürlich roger mit gas ist auch interessant aber future rama was passt am besten zu eurem deck dann sucht euch einen raus der leben und angriff dann später macht um den zu pushen aber wie gesagt als allererstes bobby eugene und jetzt ist das spiel schon wieder abgestürzt juhu macht das viel spaß hier und dann alle auf level 2 bringen und dann sich konzentrieren auf auf punch grace und eben irgendein angriff beziehungsweise eine serie die ihr dann pushen könnt das ist die beste taktik um das bestmögliche ergebnis raus holen splittet eure angriffe macht erstmal braucht die 500 coins auf aus der nachricht macht erstmal bobby auf level 2 dann braucht eure coins auf dann wenn die coins aufgebraucht sind dann macht ihr den ersten angriff holt euch neue coins pusht damit die charaktere weiter bis wieder die coins aufgebraucht sind dann wieder kämpfen und das zieht ihr so durch natürlich bevor die nächste runde rum ist die ist hier beim swall club schauen wir mal um 11 uhr morgen mittags müsste die dann immer rum sein 13 tagen zwei stunden okay kann ich jetzt nicht so genau sagen auf jeden fall so kommt ihr am besten nach vorne ich hoffe ich konnte euch einigermaßen helfen ich mache das ganze jetzt auch noch mal auf englisch und dann schauen wir mal ob wir euch ein bisschen nach vorne bringen können also ich wünsche euch viel erfolg haut rein macht's gut bis dann und tschüss